Willkommen bei der Leggly Show. Wir schauen am Dienstag einmal auf den sogenannten grünen Knopf. Und wer jetzt davor sagt, Augenblick mal, das sieht ja schon seit Wochen hier total anders aus, dann kann ich dazu nur sagen, ja, denn alles neu macht der Mai oder der November oder der Oktober. Und obwohl das Set jetzt seit ein paar Wochen schon im Einsatz ist, riecht es hier immer noch ganz streng nach asbesthaltiger Farbe und Benzingetränkten live. Also könnte es auch immer noch passieren, dass das Bühnenbild hinter mir umkippt und mich erschlägt. Aber immerhin bin ich dann so gestorben, wie ich gelebt habe, alkoholisiert und ohne Unterhosen. Denn diese Unterhosen hatten keinen sogenannten grünen Knopf. Und das ist nicht dieser Knopf, der da vorne alles zusammenhält, sondern ist ein staatliches Gütesiegel für Textilien, die nach bestimmten ökologischen und sozialen Standards produziert wurden. Nur ist das jetzt der nächste große Schritt zu mehr Fairness und zu mehr Klimaschutz? Oder ist es nur ein weiteres, sogenanntes Greenwashing, irgendeine Marketingabteilung, die zu doll am Benzingetränken leim gerochen hat? Gerade deshalb sollten wir uns am Dienstag einmal die Zeit nehmen und das in der Show etwas genauer anschauen. Und nicht vergessen, am Freitag dann wieder unsere Lately News sind alles andere da draußen, sind ja bekanntlich nur Fake News. Eine schöne Woche und viel Glück da draußen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017